Die Runde kann man eigentlich in solchen Fällen sehr gut knicken. Wie gesagt, da wird das eigentlich nicht packen werden. Und da sind wir wieder zu einer weiteren Fakern-Badwurst auf dem gomahd.net-Server. Heute auf der Map modern am Stizzle. Denn heute ist alles modern. Okay, das war mal wieder eine schlechte Wortwitz-Kettung. Und damit willkommen. Ich würde sagen, wir gehen zuerst mal wieder zu Freund Sahne, dem Nachbarn hier. Und da machen wir dann ein bisschen Liebe. So. Ich muss sagen, ich feiere aktuell so ein bisschen die Formate-Sachen von Bonk & Sums. Sie haben zwar ihre eigene Art Humor. So ein bisschen auch mit Beleidigungen, ein bisschen fäkal und so. Aber so Sachen wie diese Hashtags mit Dagi, ich danke dir dafür und so. Das finde ich so ultra ulkig. Da er wieder dieses Spielchen macht, ich baue mich höher als du, decke ich mir fick dich. Und hole mir einfach noch mehr Blöcke. Ja. Mach du mal dein Ding. Ich erküpp mich mal in Ruhe. Okay, oder auch nicht. Lol. Als ob. Als ob. Als ob. Er hat mich nicht gesehen. Lol, er hat mich nicht gesehen. Lol, er hat mich nicht gesehen. Okay. Mehr Glück als Verstand. Mehr Verstand als Glück. Okay, nein, das nicht. Ich wette, jetzt ist er traurig. Kann ich auch verstehen. Aber er habe mich echt mega gut mit dem Schwert gehittet. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er direkt mit einem Schwert ankommt. Okay, er hat, äh, jetzt ist er aber tot. Geht doch. Das ist das Problem. Ist das ein bisschen arschig? Naja, wie soll ich sagen? Ohne Bett. Und wir haben kein Gold. Und andere haben Gold. Ist das sehr arschig. Sagen wir sehr arschig. Das ist ein guter Ausdruck dafür. Die Runde kann man eigentlich in solchen Fällen sehr gut knicken. Wie gesagt, da wird das eigentlich nicht packen werden. Einfach weil andere Leute halt Gold haben. Wollen wir ja nur einmal mit dem Pfeil uns treffen jetzt und wir sind tot. Ach, das ist blöde. Und das ist alles nur, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich hätte einfach defensiver, ich hätte nicht drauf gehen müssen, sondern defensiv spielen. Das wäre besser gewesen. Ja, ja. Auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen. Ähm, finde ich das krass, wie viele Leute dann da immer so Sachen schreiben zu. Ich danke Dagi dafür und sie halt richtig verarschen und so. Das finde ich halt echt schön. Also, ich finde es halt echt lustig, dass die Leute einfach genau das denken, was eigentlich alle denken. Und trotzdem hat sie so ihre eigene Sekte. Kann man das Sekte nennen? Sekte ist, glaube ich, ein hartes Wort dafür. Ach, da spawnt er. Tschüss. Er ist tot. Ähm, jetzt müsste ich mich zu ihm rüberbauen. Das Problem bei dem ist, er wird sehr wahrscheinlich viel Gold haben. Ähm. Hm. Ich versuche mal, näher heranzukommen. Er wird, er baut sich, wer, er baut sich zu einer anderen Farbe. Das, würden wir das jetzt nutzen? Wir hätten dann noch eine reelle Chance, Gold zu bekommen. Wenn er das jetzt einfach nicht checkt. Oh, und der Rote killt ihn. Der Rote killt ihn. Jetzt müssen wir uns beeilen. Perfekt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Rote holt sich das Bett von Orange. Das lassen wir auch mal so. Ähm, denn wir haben eh kein Bett mehr. Uns juckt das nicht. Wir können überall hin. Wir sind freie Bürger. Okay, ich sollte lieber Gold jetzt helfen. Alter. Die Runde kann noch was werden. Mit Glück. Ja. Okay. Das finde ich echt krass. Ähm. Ich frage mich, ob Dagi Bee, ähm, oder wer auch immer, wofür die gerade den Hashtag benutzen da, das mitbekommt eigentlich, wie viele sie eigentlich so veräppeln. Das finde ich halt schon hart. Weil es sind echt schon sehr viele, muss ich sagen. Das, das frage ich mich immer. Okay, das hätte mega schief gehen können, im Prinzip. Nicht nur im Prinzip, es hätte. Wir haben eine Rennungsplattform auch nur. Aber wir haben einen Bogen. Auf den falschen Slot. Alter, hatte ich gerade Angst, dass ich runterfalle. So, eins und zwei und er fällt. Und ist gut. Uh. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das Glück uns jetzt in die Arme springt und sagt, ach komm, du bist cool. Ja, ja. Okay, das ist einfach, das ist das da. Ich komme nicht zu Ende zum Reden. So. Ich fange Themen an und bringe sie nie zu Ende. Das ist richtig nervig. Okay. Auf jeden Fall finde ich das cool. Deswegen kuche ich aktuell auch gerne Bonkensums, auch wegen ihren Fanpost auspacken und so. Das gestalten sie halt echt lustig, finde ich so. Also, mir gefällt das. Genau so, so und so. Ich erzähle viel so. Genau wie Annie halt aktuell. Das gefällt mir auch, was er macht. Mit dem Bearbeiten. Das finde ich auch total super. Da würde ich zum Beispiel viel zu voll für so richtig alles zu bearbeiten. Da graut es mir jetzt schon vor, zu wissen, ich muss alles bearbeiten. Ähm. Weil ich, äh, wie gesagt, ja, weg bin. Ne? Das sind, wie viele Videos? Wie viele Videos äh, Videos produziere ich vor? Warte, ich zähl mal. Ich zähl gleich mal im Kopf. Ich bin gerade noch kurz im Kaufmodus. Modus. Ich kaufe mir schon mal alles, was ich brauche. Gold, Apfel. Ich glaube, ich baue mich einfach so rüber. Scheiß auf, äh, Dings. Ja, ich baue mich einfach so rüber. Lolo. Äh, warte. Ähm, heute ist Mittwoch. Ja. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, oder Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Ähm, fünf mal drei. Ne? So 15. 15 Videos muss ich vorproduzieren. Das ist viel. Gut. Er baut sich einfach voll das schöne Haus. Was ist nur falsch mit dir? Du weißt, worum es hier geht, oder? Ähm. Ja, das zum Beispiel dazu. Ich mache 15 Videos, versuche ich vorzuproduzieren für euch. Und ich denke auch, dass ich das schaffen werde, da ich mir, wie gesagt, jetzt echt Zeit nehme, schon seit, ja, ich fange ja schon, äh, Dienstag, Mittwoch, fange ich jetzt schon an hier. Und, ja, da denke ich schon, dass das was wird. Tut mir voll leid. Ja, ich meine, im Prinzip ist das gerade Hausfehlensbruch. Ach, Junge. Was ist denn los mit dir? Ich dachte, er will Frieden machen. Er macht so, yo, ich bin nett. Und dann schlägt er mich. Auch schon ein hübsches Haus gebaut. Er bekommt den ersten Preis für hübsche Häuser. Danke, danke, danke. Achso, das war schon die Runde übrigens. Das war die Runde. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wenn ihr das, schreibt es in die Kommentare, lasst eine Bewertung da. Und bis zur nächsten Folge. Tüdel, üüüüü. Bis zum nächsten Mal.